In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr beim Golf 6 die Rücklichter ausbauen bzw. auf LED umrüsten könnt. Alles was ihr dafür benötigt ist ein 8er Schlüssel und zwei kleine Adapter, die ihr später im Video seht. Zunächst entfernt ihr die kleine Plastikabdeckung in der Heckklappe und zieht den Stecker hinaus und seht dann schon die beiden Schrauben, die ihr lösen müsst. Wenn ihr diese beiden Schrauben gelöst habt, könnt ihr das innere Rücklicht einfach nach oben hinaus heben und seid dann schon fertig mit dem Rücklicht in der Heckklappe. Nehmt ihr jetzt im Kofferraum, zieht ihr ein bisschen die Verkleidung raus und seht dort den Stecker und die weiße Schraube. Den Stecker könnt ihr einfach hinausziehen und die weiße Schraube könnt ihr mit der Hand losdrehen. Danach könnt ihr das Rücklicht auch einfach nach außen wegheben. Jetzt seht ihr die beiden Adapter. Den Link dazu seht ihr in der Beschreibung und die steckt ihr einfach schon mal in die neuen Rücklichter am besten rein, falls ihr auf LED umrüstet. Sonst braucht ihr diesen Adapter nicht. Wenn ihr den Adapter in beide Rücklichter reingesteckt habt, könnt ihr das äußere Rücklicht schon wieder einbauen und steckt jetzt das neue Kabel einfach durch die Öffnung in das Auto hinein und verbindet dann den Adapter wieder mit dem alten Stecker vom Auto. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die weiße Schraube wieder festdrehen und seid mit dem äußeren Rücklicht schon fertig. Danach könnt ihr auch das Rücklicht aus der Heckklappe wieder einlegen und wenn das bündig drin sitzt, von der anderen Seite auch wieder den Stecker verbinden und das Rücklicht mit den beiden Schrauben gleichmäßig anziehen. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Plastikabdeckung wieder dran machen und seid mit dem Umrüsten schon fertig. Das Ganze sieht dann nach der Anpassung so aus. Wenn ihr jetzt auf LED umgerüstet habt, wie in diesem Beispiel, müsst ihr noch eine VCDS-Codierung vornehmen, damit das Rücklicht richtig funktioniert. Das Video seht ihr hier einmal eingeblendet und bei uns auch in der Beschreibung. Das Video seht ihr hier einmal eingeblendet und bei uns auch in der Beschreibung.